Vielen Dank, Leute. Wir erinnern uns den E-Mail-Aus, den E-Mail-Gesetz. Danach, in Italien gucken wir später, ob ihr euer ganzes Geld an Nordstadt-Gitalien gebraucht müsst. Dann haben wir noch eine kleine Information für euch. Falls ihr da noch ein, zwei Euro südlich habt, dann steht auch bei uns. Die Spendenbox, die Spendenbox ist von dem Bild des 7. Franks. Ich weiß nicht, ob ich schon mal was für die gehört hat. Das ist eine Gruppe von Franks, die versuchen, einen Schiff zu kaufen. Die hat es schon gemacht, das fällt jetzt auf den Rücken lang. Wir wollten nicht stehen, die wir jetzt heute noch einen Schiff kaufen. Dafür brauchen wir uns auch viel Geld. Und wir haben es auch viel Geld. Also wenn ihr ein paar Euro südlich habt, dann brauchen wir uns, wenn ihr da was einbeirkt. Vielen Dank. Wir spielen jetzt noch zwei ganz kurze Songs. Einer gegen Fies, einer gegen Deutschland. Das ist der nächste Konzept zu. Und da kommt endlich das allerletzte Konzept vom Tage. Vielen Dank. Wer weiß? Wer weiß. Vorerst. Ich würde noch nichts aufwecken. Hey, pack mal! Los! Los! Alpha-There め! National Где Глаз ese Answer これ la Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Das war's für heute. Geheckt! Geheckt! Geheckt!